Hallo und willkommen. Ich bin Angelika Keil, die Begründerin der AK-Strategie, einer universell in jedem Lebensbereich einsetzbaren Strategie, mit der Sie auf leichte und freudvolle Art und Weise Ihre Probleme jeglicher Art auflösen können. Seien es Konflikte, Mobbing, Burnout, chronische oder akute Krankheiten, chronische oder akute Schmerzen, nicht heilende Unfallfolgen, Süchte, Zwänge, Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme, Einsamkeit, Depression, Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung oder was auch immer. Und mit dieser Strategie können Sie alle Ihre Ziele und Wünsche verwirklichen und Ihre kühnsten Träume noch übertreffen. Dass dies alles keine leeren Versprechungen sind, beweisen die vielen Fallbeispiele, die ich in meinem gleichnamigen Buch die AK-Strategie beschreibe. Auch meine eigene, wundersame Geschichte, die als Buch erhältlich ist, beweist, welche Einflussmöglichkeiten wir auf unser Leben haben, dass wir nicht Opfer äußerer Umstände sind, sondern selber wählen können, was wir erleben möchten. Ortsansässig bin ich am wunderschönen Kraftort Davos in den Schweizer Bergen. Dort leite ich das Institut für Körper, Geist und Seele, wo Sie zu Beratungen, Behandlungen und Veranstaltungen herzlich willkommen sind. Damit Sie durch mich die Impulse und Inputs erhalten, die für Sie gerade am besten und wirksamsten sind, stehe ich bei all dem in einem ganz speziellen Kontakt mit der geistigen Welt, von der ich mich führen und inspirieren lasse. Wenn Sie mehr über die AK-Strategie erfahren möchten, finden Sie hier unten ein kurzes Einstiegsvideo, sowie Videos mit Fallbeispielen und natürlich noch mehr Informationen auf meiner Website. Ich freue mich, Sie kennenzulernen und Sie beim Lösen Ihrer Probleme und beim Erreichen Ihrer Ziele begleiten zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und Gute, Ihre Angelika Keil Geist. Bis dahin, alles Liebe und Gute, Ihre Ziele. Bis dahin, alles Liebe und Gute, Ihre Ziele. Bis dahin, alles Liebe und Gute, ihre Ziele, Gute und Ziele. Vielen Dank.